Hallo, ich bin hier gerade an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, Außenstelle Expo Plaza. Und hier braut sich was zusammen, nämlich der niegelneine neue und frühlingsfrische Theapolis Kiba, der künstlerische Initiativbewerbungs-Almala. Und ganz besonders frisch, weil diesmal arbeiten wir zusammen mit dem jungen Ensemble-Netzwerk. Das heißt, diese netten jungen Leute hier werden heute schon ein paar Gespräche führen mit den Intendanten und Spatenleitern der Häuser zu dem Thema, Mensch, wie wollt ihr eigentlich eure Initiativbewerbung haben, was mögt ihr gar nicht? Und die Ergebnisse werden natürlich dann in dem neuen Kiba, in der neuen Ausgabe Kiba 19-20 zu sehen sein, aber natürlich auch schon auf unserer Seite auf www.theapolis.de, also einloggen und mehr wissen. Es bleibt spannend. Vielen Dank. Vielen Dank.